Musik Ja, hier findet heute ein Bürgerrat statt, bei dem Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen und miteinander darüber sprechen, wie sie in Zukunft besser mit Desinformation umgehen können. Man wurde zufällig ausgewählt. Wir haben also eine ganz bunte Mischung, die ein Stück weit auch Deutschland im Kleinen repräsentieren soll. Also ich glaube, Desinformation und Fakes, das ist etwas, das begegnet einem ständig im Alltag, manchmal sogar ganz unbewusst und man hat einfach permanent Berührungspunkte. Ich denke, dass wir viel bewegen können, weil wir vor allem 120 Leute sind, die total engagiert sind und die Lust auf dieses Thema haben und auch das weiter nach außen tragen. Ich finde es wichtig, dass man die Demokratie stärken soll. Wir leben jetzt in Deutschland 2024 und alles wird ja schlimmer. Auch die KI ist ja auch gefährlich. Wenn man sieht, Sechsjährige sind am Handy und glauben mal nicht. Wir haben im Mitte Januar schon mit einer großen Online-Beteiligung gestartet und haben inzwischen schon 1600 Vorschläge und 700.000 Abstimmungen. Also eine große Masse der Bevölkerung hat sich schon beteiligt und diese Ideen, die dort entstanden sind, die greift der Bürgerrat auf und entwickelt daraus weiter konkrete Empfehlungen. Das ist aufwendig, weil wir sind ja hier ein durchaus repräsentatives Spektrum der Gemeinschaft und Gesellschaft. Und die Idee ist gut, weil nur so kriegen wir ein gesamtes Meinungsbild, sage ich jetzt mal, vom Querschnitt der Bevölkerung. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das irgendwie auch mit aufgenommen wird in der Politik, dass es halt Einfluss irgendwie schon hat. Ja, doch, vielleicht kann man ein bisschen was erreichen, so ein Tropfen, das wird dann ja auch irgendwann ein Fluss. Alle Ergebnisse werden in einem Dokument zusammengefasst und diese Ergebnisse werden dann im September im Bundesinnenministerium der Ministerin vorgestellt. Und dort wird dann auch mit den Empfehlungen auch weitergearbeitet. Das Bundesinnenministerium arbeitet nämlich an einer Strategie zum Umgang mit Desinformation und wird da die Empfehlung aufnehmen. Das Miteinander habe ich sehr friedlich wahrgenommen, sehr interessiert. Ich habe das Gefühl, wir ziehen irgendwo an einem Strang. Insgesamt hatte jeder total Lust, mitzuwirken in den Diskussionen und da Lösungen für zu finden. Die Stimmung hier war von gegenseitigem Respekt getragen, was mich sehr gut berührt hat, was zeigt, dass die Menschen sich gegenseitig achten hier. Es war überwiegend positiv für mich, also gerade in den kleinen Gruppen war das sehr entspannt. Trotz Altersunterschieden lief das sehr gut, sehr harmonievoll ab. Wirklich, das ist eine große, große Ehre, dass ich dabei sein durfte.